Was haben eigentlich Einrichtungen wie wir, die TIB, die aus der Forschungsinfrastruktur kommen, also normalerweise Dinge tun wie Forschungsdaten, Repositories, Bibliothek, Open Access Journals und so. Was können wir solche Player einbringen in dezentrale Dienste wie Mastodon, das Fediverse? Wie können wir insgesamt von der Forschung gemeinsam weiterkommen? Also vielleicht auch in Hinsicht auf die Finanzierung von unseren Diensten, dass wir uns innovativ und verantwortungtragend einbringen in diese Entwicklung. Darum soll es gehen in der heutigen sechsten Folge von Das Mastodon im Porzellanladen, Fediverse und Wissenschaft. TIB Themencast Das Mastodon im Porzellanladen, Fediverse und Wissenschaft. Mit Lambert Heller Wir waren in den zurückliegenden Folgen darauf eingegangen, dass es mittlerweile Tausende, viele Tausende von Mastodon-Instanzen gibt. Und dass es ganz vielfältige, verschiedenartige Player gibt, die dahinter stehen, die diese Mastodon-Instanzen anbieten. Also wir haben gesehen, dass seit den letzten paar Monaten, eigentlich seit der Krise bei Twitter im November 2022, zunehmend nach und nach auch die größeren Player an Bord kommen. Aber realistisch betrachtet sind diese viele Tausend Instanzen bei Mastodon, die wir heute sehen, auch bei anderen Fediverse-Diensten, Privatpersonen oder NGOs. Also es ist so eine Art experimentelle Phase, die notwendig und gut ist, keine Frage, die sozusagen für viele der Einstieg war, sich aktiv mit den Dingen zu beschäftigen, die auch eine bestimmte Community of Practice hat entstehen lassen. Von Leuten, die sich mit diesen Diensten auseinandersetzen, die neue Normen haben entstehen lassen. Also das ist vielleicht auch das Charmante an ActivityPub, dass 2018 dieser Standard geprägt wurde, zu einem Zeitpunkt, als die IT-Industrie das Thema massiv unterschätzt hatte. Sodass also zunächst einmal viele, viele unterschiedliche Akteure im Kleinen Dinge gemeinsam ausprobieren konnten. Aber meine Vermutung ist, dass wir bereits jetzt in eine nächste Phase eingetreten sind mit einem fließenden Übergang, die ich als eine Phase der Konsolidierung beschreiben würde. Nämlich eine, in der größere Akteure anfangen, ActivityPub in ihre Produkte einzubauen. Entweder indem sie selbst Mastodon-Instanzen betreiben, in die man sich mühelos mit einem Benutzerkonto, das man eh bei dem jeweiligen Dienst hat, einklinken kann. Wie es zum Beispiel Medium macht oder wie es wahrscheinlich Mozilla, die Betreiber des Firefox-Browsers, vorhaben. Oder aber indem ActivityPub als Protokoll genutzt wird, um unerwartete neue Dinge zu tun. Diese Konsolidierungsphase, die These, habe ich übrigens auch das nur am Rande erwähnt in einem Interview, was sich Deutschlandfunk Kultur zu diesem Thema gegeben hatte. Neulich in einer Breitbandsendung zum Thema Mastodon und Fediverse, was die gebracht hatten. In dieser Konsolidierungsphase lohnt es sich nochmal genauer hinzugucken. Wie können wir auf das Thema zugehen? Und wir, meine ich jetzt mal wieder, gesprochen aus der Perspektive von so einer Forschungsinfrastruktureinrichtung, wie es die TIB ist. Eine Variante wäre, ich lehne mich jetzt mal an, an einen Spruch, den es vor 10, 12 Jahren häufiger gegeben hat, als es losging mit Open Data. Da gab es mal so einen Begriff, der geprägt worden war, Data over the Wall. Und damit war der Ansatz gemeint, Open Data so verstanden, dass man einfach ein Datenpaket macht, eine ZIP-Datei, die wirft man über die Mauer, man lädt die irgendwo hin und dann ist man fertig, abgefrühstückt, Häkchen hinter, wir machen Open Data. Dieser Begriff sollte damit natürlich darauf hinweisen, nee, nee, eigentlich Open Data ist eine ganze Kultur, da gehört mehr dazu. Also wir müssen dann gucken, dass wir zum Beispiel, fängt an bei so technischen Infrastrukturen, die wir benutzen, wie Versionierung, dass wir Leuten das einfach nachvollziehbar machen, was der neueste Stand eines Datensatzes ist. Dass wir die Quelle dauerhaft verlinkbar machen, dass wir darüber hinaus auch mal hören und sehen, was die Community mit unseren Daten macht, etc. Also nicht nur über die Mauer schmeißen, nicht nur Data over the Wall, sondern mehr als das. Und ich beobachte jetzt ein bisschen, dass bei den Forschungsinfrastruktureinrichtungen es das Missverständnis geben könnte, dass man sagt, Infrastructure over the Wall sozusagen. Also das hieße, dass ich zu einem privaten Dienstleister, einem Hosting-Dienstleister gebe und denen das möglicherweise sogar weitestgehend in eigener Regie machen lasse. Der betreibt vielleicht für irgendwelche Firmen oder andere Leute auch Mastodon-Instanzen. Und dann kann ich ein Häkchen dahinter machen. Ich habe meine eigene Domain. Da läuft Mastodon. Damit bin ich mit dem Thema erstmal fertig. Ich will damit das nicht dissen. Mit solchen Ansätzen können wir auch erstmal ein Schrittchen weiterkommen. Aber ich hätte fast den Anspruch als Forschungsinfrastruktureinrichtung, noch einen Schritt weiterzudenken und zu überlegen, okay, wie kommen wir hier gemeinsam weiter? Ja, und meine Vermutung ist, wir sollten es am besten bündeln als ein Bündeldenken von verschiedenen Schritten, die wir mit den NutzerInnen-Communities gemeinsam gehen. Das heißt, wünschenswert wäre es eigentlich, dass ich in die Verantwortung gehe als Infrastruktureinrichtung und formal die Instanz betreibe. Was schon mal wichtig ist, weil es viele rechtliche Aspekte gibt, wer ist überhaupt die Person, die Verantwortung übernimmt. Auch in Datenschutzgesichtspunkten und so weiter, Urheberrecht und so weiter. Dann gleichzeitig das technische Hosting mache, das wirklich auf meinem Blech im Keller laufen habe oder bei einem Space, den ich anderswo habe, aber es jedenfalls selbst kontrolliere. Weil in dem Augenblick es auch möglich wird, dass ich es integriere mit meiner Infrastruktur, dass ich sozusagen nicht bei Mastodon stehen bleibe. Wir hatten es in verschiedenen Folgen betrachtet und gesehen, dass sich früher oder später verschiedene Dienste auch da sinnvoll integrieren werden. Das mache ich mir selbst leichter, wenn ich es selbst hoste oder selber zumindest möglichst weitgehend die Kontrolle über die eigene Instanz habe, da selbst der Administrator bin oder die Administratorin. Last not least, ein weiterer Teil des Bündels, dass ich eine oder auch mehrere Fachcommunities dabei begleite, die Instanz, zum Beispiel die Mastodon-Instanz zu benutzen. Und auch hier haben wir selbst gelernt an der TIB, dass es natürlich immer charakteristische Schritte gibt, die man gemeinsam macht, die gut zu gehen sind. Gerade wenn es darum geht, dass auf lange Sicht die Community selbst in die Kontrolle kommen soll. Also wir hatten auch von Scholar-led Infrastructure gesprochen, also der Gedanke, dass wir uns eigentlich als diejenigen, die vielleicht technisch, juristisch und so weiter und von der Entwicklung her uns rein investieren, aber dennoch nicht schlussendlich die Kontrolle haben sollten, sondern das so weit wie möglich in der Kontrolle der Fachcommunities selbst laufen sollte. Zum Beispiel im Fall von Mastodon solche Dinge wie Regeln, mit welchen Instanzen föderiert man sich, wer kümmert sich um Moderation, nach welchen Regeln wird moderiert etc. Dies alles aus einer Hand zu machen, ist wünschenswert. Wir haben jetzt mit der TIB den Anlauf gemacht für eine erste Fachcommunity, nämlich Bauingenieurswesen Architektur Urbanistik im Rahmen des DFG geförderten FID Bau, also BAU für diese Fächer, eine Instanz baudigital.social aufzusetzen und diese Reise, diesen Weg zu gehen. Das führt dazu, dass wir selbst die ersten Erfahrungen gesammelt haben und nun auch sagen können, wir haben sozusagen die Blaupause, wir wissen, was zu tun ist, um weiterzukommen und laden wirklich wortwörtlich auch alle Fachcommunities ein, seien es nun FIDs oder andere Communities, mit uns diese Wege weiter zu beschreiten. Es muss nicht bei baudigital.social stehen bleiben. Wir können uns auch vorstellen, mit anderen an weiteren Mastodon-Instanzen zum Beispiel oder anderen Diensten im Faddyverse zusammenzuarbeiten. Wichtig ist uns dabei nochmal, dass wir auch nicht glauben, dass es einzelne Akteure weder uns noch andere geben wird, die sozusagen eine kritische Masse von sinnvollen Diensteintegrationen und Features auf die Beine stellen werden, sondern dass wir vielmehr jetzt schon beobachten, dass viele Akteure auf unterschiedliche Weiterentwicklungen und Integrationen Wert legen. Wir hatten uns in der einen Folge genauer damit beschäftigt, wie das mit SURF und den niederländischen Hochschulen aussieht, die einen ganz starken Schwerpunkt darauf legen, wie können wir diese bequeme und sichere Integration mit unseren Authentifizierungsdiensten machen, dass ich meine vorhandene digitale Identität, die ich an einer niederländischen Hochschule ohnehin bereits habe, nutzen kann, um dann gleich mit einem Schritt bequem und sicher ins Faddyverse zu kommen und gleichzeitig aber auch viele Freiheiten zu haben. Wir haben ganz andere Akteure diskutiert, wie zum Beispiel NOSTA, die einen sehr radikal, fast würde ich sagen, dezentralen Gegenentwurf nochmal zum Faddyverse aufstellen, die aber einzelne Elemente drin haben, die wir auch wiederum adaptieren können, übrigens auch im Faddyverse, zum Beispiel mit Webkey Directory als einem erprobten, sehr dezentralen Weg, Schlüsselmaterial auffindbar zu machen und letzten Endes das Identifizieren von Personen, mit denen man sich verschlüsselt austauschen kann, zu verbessern. Dass das wirklich auch von Interesse ist im Faddyverse, hat man jetzt erst kürzlich gesehen an der Entwicklung des Open-Source-Produkts Enigmatic mit CK am Ende, was eine Art Mastodon-Server sein wird, mit dem sich End-to-End verschlüsselt kommunizieren lässt. Und wir denken also, dass diese Community of Practice derer, die Mastodon-Instanzen benutzen und betreiben, aber eben auch derer, die sie weiterentwickeln mit verschiedenen Schwerpunkten, verschiedenen Interessen, letzten Endes den Schwung in die Sache reinbringt und dann irgendwann so einen Punkt bringt, wo die Zufriedenheit, die Bequemlichkeit auch mit vielen verschiedenen interessanten Features und Integrationen auf der Seite der EndnutzerInnen eine kritische Masse hat, wo wir hinwollen. Und andererseits diese Feature, Open-Source-Ansätzen sei Dank, nur einmal erfunden werden müssen quasi und dann zahllos oft nachgenutzt oder vielleicht auch gemeinsam weiter verbessert werden können. Es gibt diesen schönen Begriff Openvenience zusammengezogen aus Open und Convenience, also sozusagen die Bequemlichkeit von den Open-Source-Ansätzen machen sich da geltend und die wollen wir nutzen und die wollen wir haben. Das noch ganz zum Schluss als Fußnote. Wir sehen auch Akteure wie Orchid, die uns den Persistent Identifier bei Forschenden gebracht haben, die wir an vieler Stelle als TIB in vielen verschiedenen Rollen pushen, dass auch die zum Beispiel Akteure sein könnten in dieser Welt. Ein erster, relativ verhältnismäßig einfacher, naheliegender Schritt könnte sein, ähnlich wie GitHub oder auch ähnlich wie wir es implementiert haben für das TIB, wie wo die Verifizierung von einem eigenen Mastodon-Account oder anderen Fediverse-Dienste-Accounts über das eigene Orchid-Profil zu machen. Das ist eine tiefhängende Frucht, könnte Orchid machen, aber man könnte es auch noch weiterdenken, was zum Beispiel auch ein Player wie Orchid dort in dieser Welt anstellen könnte. Der andere Aspekt, auf den ich in dieser sechsten Folge von Mastodon im Porzellanladen eingehen wollte, ist eigentlich diese Frage, wie kann das insgesamt besser werden, dass Akteure wie die TIB als Forschungsinfrastruktur-DienstleisterInnen reinkommen in diese Welt dieser neuen dezentralen Ansätze, sei es Mastodon, sei es andere Fediverse-Dienste. Um das so ein bisschen zu beleuchten, möchte ich mal auf einen Aspekt eingehen, in der in vorangegangenen Folgen immer mal wieder vorkam, nämlich, dass diese Entwicklungen, von denen wir heute profitieren und wo wir heute eine Adoption sehen in der Breite, dass die immer Zeit gebraucht haben, dass es gar nicht so schnell oft geht, nicht innerhalb von wenigen Monaten und noch nicht mal wenigen Jahren, wie man es vielleicht meinen sollte im Internetzeitalter. Zwei Beispiele dafür. Das eine Beispiel, das eine Modell, Wir hatten über die Syndikationsfeeds geredet, die wir eigentlich seit 1999 haben. Damals RSS und Atom gibt es auch immer noch, ist dann irgendwann so aus der Mode gekommen, aber in den Nullerjahren hatte es seine Verbreitung. Diese Web-Syndikationsdienste haben es also ermöglicht, dass ich sozusagen auf eine sehr einfache Weise Updates von einem Informationsdienst abonnieren kann und dann diese Dinge passiv konsumieren kann in meiner eigenen Umgebung oder sie weiterverbreiten kann, zum Beispiel in einem Aggregator. Und in dieser Umgebung, also klingt erstmal nach einem ganz, ganz super nerdigen Thema, was ich jetzt hier anschneide, was wir auch früher schon mal hatten, aber in Wirklichkeit, in der Umgebung dieser Web-Feeds oder Syndikations-Feeds, waren diese originären, generischen Medien des Webs, die heute längst super bekannt sind, wie insbesondere die Web-Blogs, die ihrerseits dann die Social Networks inspiriert haben, und aber auch die Podcasts entstanden. Das sind primär erstmal Umgebungen gewesen, um ein RSS-Feed rauszugeben, beziehungsweise ein RSS-Feed nützlich zu machen für andere zum Sammeln, zum Benutzen, zum Abonnieren, zum Konsumieren. Von Informationen über viele verschiedene Plattformen und Anbieter hinweg. Das zeigt dieser große Abstand, dass also zum Beispiel die Podcasts erst so richtig in Deutschland ein Millionenpublikum, würde ich fast sagen, erst 2020 erreicht haben mit dem Drosten-Podcast, interessanterweise ausgerechnet ein Wissenschaftspodcast, diese irren zeitlichen Abstände zeigen, dass es Zeit braucht, dass wir diese Phase von frühem, offenen, freien Herumspielen viele Akteure brauchen, dass wir nach und nach natürlich auch Interesse von anderen Playern, die Geld reinbringen, vielleicht auch brauchen, und dass dann Ideen entstehen, zusammenkommen und ganz neue Dinge sich manifestieren. Das zweite Beispiel, natürlich dann Activity-Pub selbst. Auch das hatte ich schon erwähnt, 2018, als das W3C diesen neuen Standards für diese Activity-Streams dezentral betrachtet und zusammengezogene Interaktionen standardisiert hat. Zu diesem Zeitpunkt hat sich interessanterweise niemand, keine große IT-Firma dafür interessiert, sondern es waren diese berüchtigten Indie-Web-EntwicklerInnen, die auch noch Jahre danach diese Szene dominiert haben, was diesen Freiraum hat entstehen lassen, dass bestimmte Normen, Erwartungen entstanden sind, dass so ganz nach und nach die ersten paar hunderttausend Benutzerinnen und Benutzer reingewachsen sind in diese Welt. Das führt mich zu folgender Hypothese. Das Potenzial von offenen Web-Standards zusammen mit freier und Open-Source-Software bekommen wir dann hin, wenn wir Zeit haben und die Kapazität haben, sowohl in der Auseinandersetzung mit EndnutzerInnen-Communities, aber auch mit einem offenen Auge auf die Welt da draußen, was für neue Standards gibt es, mit denen ich mich jetzt vielleicht mal auseinandersetzen sollte, diese Dinge zu betreiben. Und es dauert Jahre. Wir müssen uns darauf einstellen. Und das sind Dinge, die Teil sein müssen, einfach des normalen Betreibens und Weiterentwickelns von Forschungsinfrastrukturen. Wenn man mal realistisch ist, dann muss man sagen, dass die exzellente Forschung, die wir heute erwarten, die primär gefördert und ermöglicht werden soll, dass die nicht ist ohne freie und Open-Source-Software, ohne offene Web-Standards. Mal ganz harsch formuliert, eigentlich sollte gar keine exzellente Forschung finanziert werden mit öffentlichen Mitteln, die nicht genau sagen kann, auf welcher Open-Source-Software, auf welchen offenen Web-Standards sie beruht. Denn inzwischen, in dem Grad der Digitalisierung, den wir heute haben, gilt das für alle. Also selbst für die eingefleischten Geisteswissenschaften, wir wissen es aus Communities wie NFDI, for Culture, in denen wir uns aktiv engagieren, auch als Open Science Lab hier an der TIB, wissen wir es, die beruhen auf diesen Dingen. Und dann müssen wir sehen, dass die langfristige Betreuung von solchen Produkten mit Teams, die also in verschiedene Richtungen hingucken und agieren können, Endnutzer in Communities, aber eben auch offene Standards, Weiterentwicklung von Standards, dass die auch dauerhaft finanziert sein müssen. Diese Kosten müssen eingepreist sein in das, wie wir Forschung insgesamt finanzieren. Und das, worüber ich hier spreche, ist natürlich keine Science Fiction. Also wir sehen erste Ansätze, auch in Deutschland sogar dazu, die in diese richtige Richtung gehen. Also ich möchte zum Beispiel die Vigo-Förderlinie der DFG in dem Zusammenhang nennen, aber auch dem vom BMBF finanzierten Prototype Fund. Das geht genau in die Richtung. Und darüber müssen wir mehr nachdenken, mehr sprechen, mehr handeln in dieser Richtung. Soweit für heute. Und ich freue mich jetzt schon auf die letzte Folge vom Mastodon im Porzellanladen, in der es dann heißt, in dieser siebten Folge Wrap-Up. Wir wollen einfach nochmal dann zusammenfassend gucken, worüber haben wir in den bisherigen sechs Folgen eigentlich gesprochen? Dass man diese Wrap-Up-Folge sich wird anschauen können, wie ein Inhaltsverzeichnis zu allen Folgen, dass man noch einmal vielleicht in den Shownotes auch hin und her springen kann und irgendeine Folge nachholen kann, die man verpasst hat. Das soll es dann zunächst auch mal gewesen sein. Und damit bis zum nächsten Mal. TIB Themencast Das Mastodon im Porzellanladen Fediverse und Wissenschaft mit Lambatella